Mit Underbox gesagt, Polypeople, do you like Rock'n'Roll? You like Rock'n'Roll? You like ACDC? You like Metallica? Six Pistols? You like the Höhner? Yeah, but the Höhner, they are not Rock'n'Roll. Das nächste Ding ist unser Lieblings-Rock'n'Roll-Stück der vergangenen 50 Jahre Musikgeschichte in Deutschland. Ich frage euch, mögt ihr die Flippers? Die Flippers sind die legitimen Erfinder des Rock'n'Roll in Deutschland. Schon allein wegen ihrem Flippu. Ich bräuchte einige Tage und das Glück. Dankeschön. Liss! Vielleicht seid ihr so nett. Habt euch gegenseitig verunter. Nehmt euch hier in den Arm. Zeigt mal, dass ihr hier zusammengehört. Und hört mir bitte zu. Es gibt Wirrwirren von Sternen. Unsere Stadt Wirrwirren tausend Klatschen. Wirrwirren tausend Klatschen. Wirrwirren tausend Klatschen. Du Blutgehren. Komm, ihr singt das, Ruhm zahlt heraus! Ich gedanke, dass ich dich einfach verlieben kann Lass dich ein Anger, einmal sein ein Jünger Dir hab ich traurig, weil du für dich die Erfüllung bist Mit sieben fühl ich, ohne dich Ja, ja, ja Ah, 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 ah Es liebt für euch Die Entrücke der Himmel Ihr Träumatrosen Tante Schöne Fahre in alle die Wälder Freuzelein Gibt es zu jedem Zeit Seht ihr es? Bitte seht laut! Aber Seht ihr es? Es war ein Zu mir gedanken Dass ich dich einmal verdient Dass ich dein Ange Einmal Seid meine Güte Wir haben dich Trau ich Weil du geübt dich Ja, du 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 Mach sie liebte Du dich Over dich Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Pentinoch Möcht ihr noch? Seid ihr auf weiter hinein Mit uns Durch dieses emotionale Stahlbad zueinander? Oh, hey Hey Es geht Mit dir und von Sternen Und es geht Wie ein Zau der Ferne Wie ein Zau der Glocke In uns Wie ein Zau der Glocke Die und von Sternen Komm, hier ist das in uns Wie ein Zau der Zau der Falt Eine Zau Bitte noch mal Bitte noch mal Auf dich Wir sind so ein Ein Zau der Glocke Ein Zau der Glocke Bitte ein Zau der Glocke Ich bin ein Bedeut, wie es nur, wie es für Sie ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020